Ja, liebe Unternehmerinnen, Unternehmer, liebe Gewerbetreibende, liebe Gastgeber, wir sind heute zu Gast im Insider bei Dennis Scheuermann. Wir, das heißt die Wirtschaftsförderung der Hansestadt Medebach und der Verein Wir sind Medebach e.V., haben ein neues Projekt initiiert und möchten jedem Medebacher Gewerbetreibenden die Möglichkeit geben, eine digitale Visitenkarte zu produzieren. Digitale Visitenkarte, ein To-Logo, ein 30-Sekunden-Kurzclip. Und Dennis, ich habe dich im Vorfeld über das Projekt informiert. Du hast dich sofort bereit erklärt, mitmachen zu wollen. Von daher vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, super. Und ich freue mich natürlich dabei zu sein und bin schon total gespannt, wie das wird. Ja, super. Und ich freue mich. Ja, super. Und ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020